Und damit ein herzliches Herzlich Willkommen unter Luzern weiter bei Let's Play Final Fantasy XIV. Ich bin der Samson Mafix. Ach Leute, es ist tragisch, aber ich muss mich jetzt leider von meiner sexy Kleidung hier verabschieden. Ach Leute, seht ihr, das ist ein Ausschnitt, Leute, man. Muss man mal schauen, ob wir uns die irgendwie speichern können. Auf jeden Fall, liebe Leute, wir haben einen besseren Gegenstand bekommen, eine Krütenlila-Rüstung mit den passenden Handschuhen. Wir sehen jetzt einfach mal richtig wie ein Damage-Stieler-Maus. Beim letzten Mal haben wir uns auf die Suche nach den Köstlichkeiten gemacht, um irgendeinen Trottel glücklich zu machen. Und ich könnte kotzen, es ist eine sehr nervige Fetch-Quest. Je Stoller hat es gesagt, jeder denkt nur an sich selbst und das sind die Helden, die einst mal die Welt gerettet haben. Wer es glaubt. Zumindest haben wir das auch in der Region geschafft und es fehlt noch ein der drei lecker bisschen Egoziers. Und dann können wir zum Glück zurück. Würdest du mir an den Gefallen tun, dann weiß kann deine Flasche Ohnigsprappfeil von mir überreichen. Ich habe ihm so viel zu verdanken, während unserer Zeit im Herde-Helden hat er mir mehrmals das Leben gerettet. Er ist ein Krieger von aller höchsten Können und hat meinen vollsten Respekt. Und er hat mich immer objektiv und mit meinen Leistungen beurteilt. Dafür bin ich ihm dankbar. Und die Köstlichkeiten angeht, zwar hast du bereits gefunden. Frag Weißkarte danach, wo die dritte finden kannst. Ich bin sicher, dass dein blablabla blablabla blablabla. So. Nun. Geht das Lade noch? Das Geilste ist, Leute, ich verliere in dieser Quest Geld, weil ich mir ja die ganze Zeit worpen muss. Also wir haben bei 76.000 irgendwas angefangen und wir sind jetzt bei weniger. Das ist eine wunderbare Quest. Das ist so eine wunderschöne Quest. Aber ich glaube, das ist auch bewusst so, dass das echt nervig gemacht sein soll. So. Nun sind wir wieder zurück. Wir haben zwei von drei Köstlichkeiten gesammelt. Unser Speer ist krewetzt und er würde gerne hier sein Ziel erwischen. Zum Beispiel Weißkarte selber. Du bist ja wieder. Die Gäste, die Garten sind in der Zwischenzeit auch bei mir eingetroffen. Gute Arbeit. Von Uldanun. Das ist ja eine Flasche Onyx-Profein. Genau mein Geschmack. Dieser Uldanun ist wirklich ein Pfundskerl. So, dann bleib dir noch eine Köstlichkeit. Willst du ein bisschen ausruhen oder sofort loslegen? Mach einfach weiter, junge Mann. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? So. Ähm. Okay. Krötenleder. Auch neue Hose. Bessere. Sehr gut. Köstliche Gestalt. Wende dich als Brillo-Wack-Verstammter-Goblet. Sie arbeiten aber an der Versorgungseinheit des Klageregiments. Und stehen im Ruhm, alles zu besorgen zu können. Du findest sie in Langrath. Allerdings sollt er den Genfer vereignet haben. Begib dich so schnell, es geht dorthin. Geh zum Ferneanleger Versorgung der Wasserfall. Und sprich mit Oza Nasit. Er wird dir sagen, wie du zum Brillo-Verstammter-Langrath kommst. Ich muss denen extra behinderte Stimmen geben. Weil Leute, sie sind extra behindert, die Typen hier. So. Aber. Bei all dem Gelästere. Wir haben bessere Ausrüstung. Für Sina. Meine Kleine. Wir begeben uns hier immer noch auf die Suche, Torgel zu machen. Ich habe noch drei Wochen Zeit. Können sportlich werden. Ähm. Oder vier Wochen. Vier Wochen, glaube ich. Ja, vier Wochen. Ähm. Schauen wir mal, ob wir es bis dahin schaffen. Gut. So, haben wir auch noch passende Hosen dazu. Passt doch. Und dann müsste ich sagen, könnte es sein, dass wir Pferzina austauschen. Aber sie wird immer nur in unserem Herzen bleiben. Und aktuell ist sie noch dabei. So. Oh, wir haben hier ein Mount. Nee. Ich dachte, wir haben ein Geschwindigkeitsabkollekt. Jaja, okay, passt. Oza Nasen. Immer mal coole neue Musik. Weichkeit schickt dich. Ach, du willst, äh, zur Brille war ich langlast. Verstehe. Dann sprich mal mit dem Pferdkapitän dort drüben. Die bringt dich, äh, zum, nach, äh, Regenfängerrenne. Der legt, äh, auch Privilex für langlast. 40, gell. Zieht's mich ab. So. Aber eine Frage zu den Kobolden. Ich dachte, eigentlich haben wir aktuell ein bisschen Clinch mit den Kobolden. Weil die ihren Prima beschworen haben. War da was? Ist schon, ist schon wieder lang her. Ja, theoretisch war es mal eine wichtige Aufgabe, bis wir zum Essenssammler geworden sind. Hey Leute, ich, ich hatte jetzt für eine Sekunde echt gedacht, dass mich das Spiel jetzt zwingt, äh, einen Sidejob zu machen. Dass ich, dass ich jetzt irgendwie kochen lernen muss. Dann hätte ich echt aufgegeben. Dann hätten wir mir wurscht gewesen. Dann wäre ich jetzt wieder in den Dungeon gegangen. Hätte einfach irgendwie, irgendwie so lange gegrindet, bis ich stark genug bin, das Spiel zu brechen und, äh, den Typen umzubringen dann. Aber nur gut, ich kann mich immer rechnen, indem ich in eine dumme Synchro gehebe. Das ist meine Art der Rache. So. Oh. Was, was ist da eigentlich, wo wir jetzt hinladen? Achso, ist nur die Nischte, oder? Nee. Äh. Hä? Was ist? Da ist eine Wand. Okay, schauen wir was hier ist. Psst, komm. Wörter über Großwachsene von Weißkatz sind in den Ohren von Brillwax hineingekommen. Kommst du für Essenssache mit gutem Macht, ja? Aber es ist traurige Geschichte. Essenssache war vor schon bereit machen. Aber dann, komm, gefährlich, erfähr ich dir zu Hause von Brillwax. Kannst du vielleicht schauen? Hä? Ach, nein. Ich dachte es mir schon. Weil hier ist ja eigentlich Schicht im Schaden. Nein. Ach, Leute, Mann. Ich kill diesen Dude, Mann. Okay, der nächste Dungeon. Und den kann ich noch ein Bein für ihn beschaffen. Ist das nicht schön, Mann? Aber jetzt mal, jetzt mal wirklich. Also ich möchte jetzt nicht so viel ranten. Äh, ihr wisst ja, ich spiele es ja mehr wegen der Story als wegen allem anderen. Aber, ah, da haut der Drache erstmal ab. Sehr gut. Aber es ist halt einfach so. Als wir beim letzten Mal in die Sidequests gegangen, also, äh, in Gridania waren. Mein, mein gutes, altes Gridania, wo ich herzlos verlassen habe. Also, da ging es darum, dass wir reingegangen sind und unsere Aufgabe darin bestand, ähm, die Schwarzmasten zu verfolgen. Wir wollten herausfinden, äh, wie, äh, ob hier jemanden ist, der, äh, ja, uns weiterführen kann. Äh, wer hier hinter den ganzen Monster auftauchen steckt. Und, ja, das haben wir auch gefunden. Wir sind in die Villa reingegangen, haben auch gemerkt, dass die Dame aus der Villa mit ihnen zusammenarbeitet. Es war wirklich sinnführend. Also, davor haben wir mit den Silfen verhandelt, die ebenfalls hier ein Prima hatten. Also, es war wirklich eine richtig sinnvolle Quest. Und das machen wir jetzt. Diese drei Parts gehen wir rein. Und machen nichts anderes, als dass wir hingehen und sagen, okay, da gibt's Essen. Es ist echt, muss ich sagen, äh, bis jetzt der Handlungsstand, der am schwächsten ist. Tut mir leid, Gesteller. Da solltest die Typen zamscheißen. Vielleicht wird's dann besser sein. So. Aber okay. Wir haben einen Dungeon. Das heißt, das Gute ist, wir können's, äh, ich hab mir besser Angst, weil ich bin ja immer, ich hab immer so vier Parts, die ich hier normalerweise für eine Aufnahme-Session aufnehme. Also immer schlecht für einen Dungeon, so wie es eigentlich jetzt die letzten Male immer war. im letzten Part der Aufnahme-Session ist. Weil dann bin ich ja eigentlich immer fertig. Man muss im Zweifelfall eher überziehen. Cool. Aber was bin ich jetzt da hingegangen? Mega cool. Das ist einfach ein Dead End. Ich weiß nicht, wieso die Gegner jetzt da waren. Und, ähm. Hallo. Zack. Und das Ding jetzt. Also, ich würde mir, äh, ich find's, ich find's ja schön, dass wir, äh, erst mal hinbekommen haben, dass wir das nicht, äh, so schlecht teilen wie sonst immer. Oh, weg. Oh, ich mag's nicht, dass ich immer da ungelämmelt werde. Immerhin können wir Skills, äh, spammen. So. Mein Limit raus darf ich natürlich nicht vergessen. Für den Fall der Fälle. Stopp. So. Privilex vierten Finder. Psst. Kannst du mal Suchen helfen drohen? Große Fahr. Musetor aufschließen. Musetor aufschließen. Sehr schön. Ich schließe dich gleich auf. Na gut. Also, dann wissen wir, wieso wir da hingelaufen sind. Es ist nicht so, dass wir einen Gegner skippen können. Ja, wir machen's ja immer, dass wir die Karte komplett machen. So. So. Dass wir die aufdecken. Dafür gibt's ja dann auch immer Boni-Punkte oder was auch immer. So. Also. Ersten Spot, den man schon mal geschafft. Hm, man sieht ja dann schon so im ersten Moment kürzer aus. Oh. So. Alter. Diese Kohle-Bildest, die hat ein Gefühl, zehnmal mehr Leben als jetzt hier die, äh, Gegner. Zack. So. Schauen wir, was der Großpelikan drauf hatte. Aber sehe ich das echt richtig, dass wir am Ende einen Drachen bekämpfen müssen? Bin ich jetzt vielleicht gar nicht mal so geil. Alles gut. Hab ich abgeblockt. Ich glaub, das ist immer keine gute Idee, weil... Dann haben wir mal meine Charaktere immer so eine zehntekündige Denkpause. So. So. Soll ich jetzt weiter angreifen? Soll ich nicht? So. Summonen natürlich. Summonen Minions. Aber damit haben wir fast gerechnet. Oh, oh. Oh, oh. Summonen ist hier parallelisiert, oder? Sehe ich das gerade richtig? Keine Sorge, ich hab noch positive Effekte. Das ist immer so nett. Äh, der Skill hier, die Lanzenschärfung, also den L2, den Skill ganz, äh, unten links. Der sieht ja immer so aus, als wäre das eigentlich eine negative Statusveränderung. Das gefällt mir. Das können wir ganz gut erleben. Weil es so dunkelrot leuchtet. Sitz ist erschienen. Okay, ich bin ready. Aber im Moment sind die echt so flott zu besiegen. So, einmal noch den Großen. und nimm. Gut. Großes, ähm, Monster ist bezwungen. Und das Innen-Tor hat sich geöffnet. Das ist doch gut. Also, bildet mir das ein. Ja, okay. Ja gut, wenn ich mir die Map anschauen, weil ich dachte, jetzt eigentlich sind wir schon mega weit. Was willst du, Goblin 4. Du kannst verschwinden. Ach, Entschuldigung, jetzt ist ja ein Goblin. Das ist ja kein Kuhwolldach. Weil ich mir gerade dachte, eigentlich sind wir hier unsere Feinde. Ähm. Ich würde gerne auf die Karte anschauen. Kannst du weiterkämpfen, wenn ich auf die Karte schaue? Ich, oder? Ja gut, wenn ich mir die Karte anschaue, dann dauert es doch noch länger. Weil, okay, wir hätten jetzt zwei von, äh, fünf Spots hätten wir schon. Aber ich denke mal, das wird jetzt noch mal einiges länger dauern. So, hier sind wir in irgendeinem Beruf. Vom was auch immer. Wahrscheinlich bringen wir gerade wieder in irgendeine Heimat rein von den armen Kometenjägern, die nichts getan haben. Und die ja friedlich in Ruhe gelebt haben, bis wieder der böse MC Muffix kam und, äh, sie angegriffen hat. So. Aber anders kennt man mich ja nicht. Als den finsteren Erober da. Jump. Kommt alle her. Ich bin MC Muffix. Take damage, dear. Und ich kann mich sogar heilen, wenn ich Bock hab. Burn. No one can stop me. Und du spürst es dir erst mal, wer der Arschtracken. Ah, liebe Leute. Äh, weil wir, äh, weil wir, äh, die Dungeons ja doch immer ein bisschen monoton sind, ähm, deswegen mag ich auch nicht, weil, da muss ich sagen, ist mir das Questen lieber. Ähm. Können wir mal so ein kleines Fischenfazit mal machen. Wir spielen ja inzwischen doch knapp 30 Stunden oder so. Also, doch schon einige Zeit, ähm, zum paar positiven, zum paar negativen Sachen zu fangen. Fertig ist die 14. Ich find, kann man durchaus mal machen, so ein Fazit hier ziehen. Auf jenen helfen? Nein, eigentlich nicht. Also, äh, auch wenn ich mich gerade ein bisschen hier zurechtbeschwerde, meines Erachtens, äh, über die sehr dumme, äh, Questreihe hier, die wir haben, hab ich durchaus sehr viel Spaß mit dem Spiel und, äh, da bin ich, äh, sehr überrascht, äh, muss ich sagen, darüber. Ich dachte wirklich, dass es viel schwerer wird, für mich hier Freude zu empfinden. Ich hab mir Final Fantasy 14 lange schon im Auge, ich, äh, gehabt, ich hab mir damals schon die PS3-Vision mal runtergeladen. Also, ich kann sagen, meine ersten Final Fantasy 14, äh, 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 Kontakte waren ja wirklich schon, äh, fast, äh, ja, 8 Jahre oder so, liegen schon zurück. Oder länger, hm? Weiß ich gar nicht, wann die erschienen ist. Auf jeden Fall, seit einiger Zeit schon, aber, äh, ich konnte mich halt nie ganz, äh, dafür begeistern. Ich glaube, ich brauchte ne Stange für Guthat. Achso, da ist ein Schatz für mich. Jo. Kampf-Magiehut. Geil. Aber es ist halt so, äh, dass es mir doch durchaus Spaß macht. Das sage ich, es liegt weniger am Gameplay. Ich bin nicht der größte Fan vom Gameplay. Äh, das muss ich immer noch sagen. Ich finde dieses, äh, MMU-Kampfsystem nicht allzu spannend. Natürlich muss ich auch sagen, das hängt jetzt immer von den Kämpfen ab. Äh, den gegen Efri fand ich mega geil. Und das sind wirklich definitiv die Highlight-Kämpfe. Generell, die Kampf-Arenen, wenn da mal welche stattfindet, sind wirklich immer gut gelungen. Ähm. Auch damals, als wir hier den, äh, Wächterbaum beschützt haben. Das waren echt coole Quests, aber da muss man nachdenken. Man muss ein bisschen schauen, aber man konnte nicht einfach blind reinstecken. Hier ist es ja wirklich so, ich kann ja wirklich das Gameplay weglegen. Und halt einfach ein bisschen zack, 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 zack. Flanker ist wirklich eigentlich nur, wenn ich den Skill hier mache und abwarte. Und das ist halt nicht allzu spannend. So, das ist auch ein Schatzruf für mich. Vielleicht wieder Magiehut. In 5.3-Gurzungen. Ja, vielleicht immer irgendwas, wo ich mal anziehen kann. So. Weiter geht's. Geh mal da noch hoch. Huh, der ist fast tot. Pack dein Agrometer aus. Ähm. Aber, um jetzt, äh, wie gesagt, die Kritikpunkte hier verstummen zu lassen. Ich, äh, habe wirklich sehr viel Spaß damit. Also, wie gesagt, das Equiningrad Gameplay liegt halt wirklich an der Welt, an der Atmosphäre. Ich finde das alles sehr schön. Ich mag wirklich, ähm, wie sich die Welt so langsam entwickelt. Generell auch natürlich, wenn das jetzt, sag ich mal, definitiv kein, äh, gewünschtes Szenario war, diese Welt, die zerstört würde. Ich finde, ich finde, das ist halt, also, immer noch so eine geile Idee, einfach zu sagen, okay, wir haben hier unsere fertige Welt. Und dann, weil es halt einfach nicht läuft, äh, machen wir Cut, schließen es nochmal ab und machen eine neue Welt. Naja, kommen wir nochmal gut auf, äh, Schätze grinden. Und, macht halt einfach nochmal alles neu. Ich finde, das ist so eine coole Idee. Und ich finde das halt sehr schön, wie sie es halt storymäßig eingeführt haben. Echt eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm, sehr, sehr gut umgesetzt. So, komm mal hier. So, 322, sehr schön. So, und, äh, ja, also, generell, ich finde das eigentlich ganz schön. Äh, ich weiß natürlich, die Story ist jetzt noch nicht die beste. Ähm, das sehe ich jetzt auch so, aber es heißt ja auch immer, es wird dann noch im Laufe der Zeit besser. Und, äh, erst auf dem ersten Story-DLC sollst du dann auch wirklich an Tempo dann gewinnen. So, Spawner hier oder Spawn Minions. Was machst du, Wurmelinchen hier? Alle auf meinen guten Tank. So, äh, und generell, also, es ist halt einfach schön, wie du in der Welt da vorankommst. Also, es gibt jetzt keine großen Stolpersteine, äh, für ein MMO. Ich weiß nicht, ob das typisch ist oder nicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich bis dato irgendwo gesteckt bin, dass ich jetzt sagen musste, okay, Maxi, du musst jetzt, äh, da 100 Jahre grinden. Der ist natürlich bewusst, dass das, äh, auch stark darin liegt, dass ich hier den, äh, auf dem Anfänger-Server bin und wirklich am Anfang halt, äh, gegrindet habe. Also, da habe ich ja wirklich jedes Heignis gemacht in Ulda und Gridane, die aufgetaucht sind. Aber wie gesagt, ich finde es einfach schön, äh, wie das Spiel einem hier relativ frei, äh, einen entscheiden lässt, wie man was angeht. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt erstmal nochmal 20 Jobs lernen und, und, und. Also, ich finde, das ist sehr schön gemacht. Oh, das war der Jump, den wollte ich eigentlich gar nicht machen. Den wollte ich nicht machen. Boom! Der sollte deutlich mehr Schaden machen dafür, dass ich das in 100 Jahren nur einmal aufläd, aber okay. Hat das auch nicht perfekt gebufft. Boom! Wer, wer zieht eigentlich gerade die Schläge auf sich? Ich habe das Gefühl, gerade geht der auf mich. Ich weiß nicht, wo mein, achso, mein Maradeur steht in ihm, auch gut. Habe ich jetzt hier meinen kleinen Brüllwurrachs mit mir, super. Kampfmagierhandschuhe, ich bekomme immer bessere Gegenstände, das freut mich richtig. Und, ja, also, wie gesagt, ähm, ich war deutlich negativer eingestellt. Ich habe ja schon immer so ein bisschen, also, so ein paar, äh, MMOs geliebt, Leute, ich habe zum Beispiel noch nie was zu MMO, äh, zu World of Warcraft, habe ich, das hat mich noch nie, in keinster Art und Weise, irgendwie gereizt. War für mich halt immer, mei, das ist halt so ein Fantasy, äh, MMO. Wo, für mich waren es immer zwei, die mich sehr gereizt haben, das war Knights of the Old Republic. Die Old Republic, die Old Republic. Star Wars halt, da muss ich auch immer noch sagen, bin ich immer noch schwer am überlegen, dass ich es mal irgendwann zocke. Bitte auf den Sälen gehen. Ah, verdammt. War echt zu langsam. Ich habe eine Pilsina gerufen, die ist mir im Kampf, haben wir jetzt nicht so eine große Hilfe. So. Ähm, und das Secret World, wenn das einer von euch kennt, ich weiß gar nicht, ob das sogar jetzt noch aktiv ist, ähm, kann ich jetzt leider auch gar nicht sagen. Hab mich immer sehr gereizt vom Setting mit sein, dass da so irgendwie alle übernatürlichen Geschichte und Stephen King-Werk und was auch immer da eingearbeitet werden. Fand ich immer ganz, äh, reizend. So, hier ist gar nichts, das ist immer gut. Cool, dann haben wir es mal abgesucht. Wie gesagt, immer schön die Karte komplett aufdecken. Und, was kann man noch so schönes über das Spiel sagen? Also, wie gesagt, äh, mir taugt die Story. Ich finde auch die Charaktere ganz interessant. Ich würde mir noch ein bisschen mehr über sie wünschen. Ich meine, klar, die wurden, äh, im Original Final Fantasy XIV, äh, gab es die auch schon, das wusste ich auch persönlich nicht. Ähm, habe irgendwie, letztens, äh, haben wir mal wieder das Open. In den angeschauter, ähm, da gibt es ja nochmal eine lange Version, die ja am Originalen erschienen ist. Das ist ja dieses End of World, wo halt dann auch die Welt untergeht. Und, das ist auch so mega, magische Szene, sehr, sehr schön inszeniert. Und da sieht man natürlich wieder ein Populino, also es waren definitiv dann auch Charaktere, die schon XIV aufgetaucht sind. Ich finde es auch ein bisschen, ich, das, das ist etwas, wo ich mich, wo ich sagen muss, wäre sicher auch noch interessant, kann man sicher auch irgendwo nachlesen, die Story vom Originalen Final Fantasy XIV, dass die halt mehr oder weniger gar nicht gesagt wird. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, dass halt im Endeffekt, da gab es eine Katastrophe. Und ich meine, ähm, wir merken alle, dass viele eben vieles verloren haben. Aber es ist jetzt nie so, dass ich in irgendeiner Art oder so gezwungen werde, mich da reinzuarbeiten. Und ich meine, es ist halt eine Welt, in der halt sehr viel Tod und was auch immer gibt. Aber es, äh, es geht darum, weiterzumachen, um es mal so blöd zu sagen. Und deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich eben die Story aus dem Original nicht kenne. Hat sich da gerade irgendwas aufgelöst? So, hört so aus, gell. Der ist, der ist eine hessige, fette Kröte. Naja, äh, Samsung ist absolut Bombe. Ähm, was kann man noch sagen? Ähm, ich mag meine Pekingier-Klasse. Finde ich jetzt ganz cool, so vom, also Design-Technisch. Design-Technisch, muss ich eigentlich fast mehr sagen, als jetzt, äh, Gameplay-mäßig. Ähm, ich finde, äh, die Welt ist sehr schön. Mir gefallen hier die unterschiedlichen Stadt zu starten. Finde ich ja generell immer so eine coole Ausgangslabe. So, da, äh, Regionen, die zwar, äh, so einen gemeinsamen Feind haben, aber trotzdem mal halt irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Misstrauen ist, dass auch jedes ihr eigenes, äh, Setting haben. Alter, super Druide, der Morgenröte. Lauf schön, äh, rein. Sehr gute, sehr guter Move. Buh. Fast so schlimm wie MC-Morfex, aber nur fast. Ist das ein Boss? Achso, das ist der Boss, der war, hä? Achso, da ist das Gate, ich hab das gar nicht gesehen. So, ähm, und was ich sagen muss, was mir an dem Spiel besonders gut gefällt, ist die Tatsache, wie, äh, unterbewusst dir das Spiel alles erklärt. Also, ähm, ich mein, am Anfang hat es dir schon ein bisschen sehr viel Hilfetexte zu an den Kopf geschmissen, aber, oh, ich, ich hab eine Blubberblase an meinem Kopf, das ist nicht ganz so gut. Ich möchte jemanden mal eine Blubberblase holen. Fand ich jetzt gar nicht mehr so geil. Danke. Aber, äh, was mir sehr gut gefällt, also so generell, so, es hat eine schöne Skillkurve. Ähm, ich mein halt, man wird halt irgendwie stärker, man, äh, lernt seine Skills kennen und man macht das halt dann schon sehr blind und ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut spiele, das definitiv nicht, wahrscheinlich spiele ich sehr mittelmäßig, ähm, schlecht und ich mein, ja, wir spielen auf der Playstation und ich mein, wir haben ja noch einen Bruch da, unsere Skills bis jetzt freigestaltet überhaupt. Oh, zu langsam. Aber, äh, generell muss ich sagen, hat das Spiel einen super, ähm, Schwierigkeitsgrad-Aufstieg. Also, es ist nie so, dass ich jetzt irgendwie sag, eine Aufgabe ist unmöglich oder, äh, es hüpft, äh, irgendwie nach oben. Klar, wir sind überlevelt, aber darum geht's mir jetzt auch gar nicht. Es geht generell, sag ich jetzt mir, um so Mechaniken, die einmal quert werden. Das ist eine sehr große Stärke, meines Erachtens, vom Spiel. Boah, da war mein Biggie-Jump. Da hat er mal gesessen. Also dann, äh, kannst du den bitte ablenken, das wäre ganz nett. Alter! Wut! Der hat immer die Grüne kaputt gemacht! Ah, okay, das war geil! Und er spuckt grünes Feuer! Alter! Alter, flieg weg! Und immerhin kommen wir jetzt weiter, ja? Der, sag's gut, mein Freund, ja. Der hat den Knödel weggedrückt! Und dann hat er uns das Tor geöffnet, ja, cool. Okay, Leute, wir machen jetzt einen kleinen Klapp, beim nächsten Mal geht's weiter. Und dann schauen wir mal, was uns hier mit unserem Drachenboss erwartet. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao!